Musik Wir sind eine mittelständische handwerkliche Bäckerei hier in Dortmund-Brakel und haben 57 Geschäfte im Umkreis von 30 Kilometern Entfernung um unsere Backstube hier. Wir sind gut 600 Mitarbeitende. Seit gut 35 Jahren arbeiten wir mit der Firma Hynies zusammen. Ganz besonders ist mir wichtig, dass wenn wir sagen Montag 7.30 Uhr ist die Firma Hynies auch da. Und unsere Erwartungshaltung ist da immer ganz extrem, weil wir müssen jeden Tag eben auch frisch unsere Läden aufmachen und dann frische Backwaren haben. Genauso dürfen wir bei einer Hochzeitstorte auch nicht einfach einen Tag später kommen. Das wäre die Höchststrafe für Braut und Bräutigam. Musik